Willkommen! Und Papa! Hallo! Wie ist er da? Da ist er da. Da ist unser Schuss vorhin. Toll. Toni? Ja. Ja. Und er kann sich nicht so durchsetzen. Er hat eine Lieblingsfrau, die Esi, die ist im vorigen Jahr, die hat eine Tochter gehabt, und die musste 2008 abgeben, weil die die Mutter ausgebotet hatte. Und die Mutter konnte sich nicht durchsetzen gegenüber der Tochter. Da wurde sie so mit vier und vier. Und dann ist die natürlich wieder schwanger geworden. Und dann ist die natürlich wieder schwanger geworden. der Dodi geworden worden. Und der ist am 24. 2009 die Welt die Welt